Man möchte was verändern. Fertig machen und los! Sein Leben riskieren. Für eine bessere Welt. Aber auf manches ist keiner vorbereitet. Die sind schon hier? Hörst du mich? Heute hat die beste Elite-Einheit der Welt unsere Nation verraten. Auf meinen Befehl wurden die G.I. Joe ohne Rücksicht auf Verluste ausgelöscht. Die sind alle tot. Das war alles eine Falle. Nur wir sind übrig. Legen wir los. Die Welt rettet sich nicht von alleine. Die Welt rettet sich nicht von alleine. Die Welt rettet sich nicht von alleine. Wie es aussieht, kann mir keinem mehr trauen. Ein Gewester noch. Geht's Ihnen gut? Ja, wie geht's Ihnen? Naja, hab ein bisschen hohen Blutdruck.